Was in diesem Video passiert Alter Mikro Junge, das ist voll gut, wie so ein YouTuber Ja das war gut, schnell, du musst halt schneller Kann das sein, dass du den Saubbau benutzt? Ja, dann zeig mal jetzt deine 90's Willkommen zu Fortnite! Und Leute, heute war super krass mega besonderes Und zwar habe ich mich auf Hiver angemeldet Mit einem mega coolen Namen Und zwar xxunifyhdxx Ja, ich weiß Leute, das ist der beste Name Den man sich nur selber geben kann Und habe ein paar deutsche Fortnite-Coaches angeschrieben Und hoffe, dass sie mir antworten und mich trainieren Für Geld! Ja, ich zahle denn extra Geld dafür, dass sie mich trainieren! Und ja, jetzt gehen wir erstmal in Chrome rein Und gucken wir erstmal mal so, was wir alles machen müssen Was suchen wir jetzt auf Hiver? Wir suchen Fortnite-Coach Deutsch Was? Was kriegen wir? Ich werde dich in Fortnite coachen Oh, das sieht schon mal sehr vielversprechend aus Wir nehmen den einfach So, okay, den ersten, den wir anschreiben werden Ist, äh, Fiber-Heavy-Scale Es gibt ein Basis-Preis-Basis-Training Eine Stunde Training In Creative Duos Building 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 Bauen Oder Aim Jo Bruder, danke für die Übersetzung, Alter! Da kann man nur zuschlagen Ja, komm schon Ja, ich hab's gekauft Und Ja, danke für deinen Einkauf Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Dude mich, äh, anschreibt oder edit Oh, ich kann dir noch eine Nachricht hinzufügen Hey 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 Hallo Hallöle Das wird sowas von abgehen Batz So, wen kaufen wir noch? Als nächstes nehmen wir M-R-C-C-T-V Uuuuh Ich werde euch im Fortnite trainieren Ich bin ein Season 4 Spieler und habe 100 plus Wins Ui, 100 plus Wins Applaus Bestattung Der edle Herr Ich bin sehr nett und werde nicht dumm sein oder lachen, falls du nicht der Beste bist Erwarte bitte aber nicht, dass ich der neue Te... Tefu? Wer zum Teufel ist Tefu? Hahaha Tefu? Ich hoffe, dass wir Spaß haben Ja, moin Ja, gut dann, äh, ne? Reiner in die Olga Direkt nochmal Geld ausgeben Wuuuh Hi Hi Du spielst auf PC nicht wahr? Ja Ich spiel auf Xbox Controller, also ok Soll ich leften oder willst du mir spektaten, dann kannst du auch ein bisschen lernen Ich kann noch kurz zugucken, dauert das noch lange? 44 leben noch, ich kann noch leften, ich hab 3 Kills Ne, ich kann auch ruhig die Runde zugucken Äh, du kannst mir erst mal ein bisschen erzählen wie deine Keybinds sind, also wie... Ähm... Laufen Puppets tue ich auch weh Rückwärts S Nach rechts D Und nach links A Ja, das ist schon Standard aber auch recht gut, ja Und so bauen mehr so Achso Das ist schon wichtiger Meine Wand ist auf Q Meine Fläche ist auf E Und das war's Äh, und Mauer, äh, Dingens und Benutze ich nicht Äh, ich würde die erstmal, also ich würde bei Treppe und äh, Dingens Ach, Gegner Ich hab Angeln in der Hand, ich kann nicht Würde ich mit der Maus, zwei Maus Buttons, ja Mhm Den hast du gut gehört, äh, geholt, hast du richtig gut geholt Junge Junge Ich war grad voll Lust, Junge Ich war grad Lust, als Lust mein Aim, Junge Das ist halt mein Aim Äh, da kommt noch jemand links von dir, siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn Haha, wie er sich ansneakt Oh, er ist weit Das war unfair Auf jeden Fall würde ich die an der Seite von der Maus benutzen Ihr wisst ja, ich hab schon Q1 drin Aber ich träum ein bisschen rum Er hört mich grade nicht, danke Haha, puste doch Er benutzt einfach einen Trommigun und SSB Hat der irgendwie... Aber hast du ne gute Maus und hast du das? Ja, hab ich Hab ich zu Weihnachten bekommen Ist schon ein bisschen her Ein, zwei Monate Ein, zwei Monate, Junge Ach, dann können wir auch ein bisschen ruhig Ja, ein, zwei Monate Junge, ich kann nicht mehr Ich muss Push-Talk, glaub ich, reinmachen Zeig mal kurz, wenn du editierst, okay? Ah, okay So soll ich das machen? Ja, einfach nur, damit ich muss Sehen von Ja, das war gut, schnell Du musst halt schneller Dingern Ja, okay, schneller Ich mach schneller Boah, langsam krieg ich den Rhythmus schon raus Ja, auch ganz okay Könnt ihr schneller sein, ne? Aber nicht so viel Du, irgendwas zu spielen Okay, eins gegen eins Aber nicht zu ernst spielen, okay? Joa Bin ready Uh, ich zeig dir dann 90's, okay? Ja, bitte Habe ich bei Crime Action gesehen Aber ich glaube ich Meine Taktik ist besser Wow, okay Haaa Ah, Junge Was triffst du hier? Ich... Ein Fallenkreuz war auf dir drauf Und da hab ich einmal geschossen Ich geh weg Joa, jetzt hättest du hüpfen können Und nicht schießen Anschießen können Da Oder du schießen Ich hab dich, ähm Junge, du triffst hier nicht Just, du sagst, dein M ist Aber deine 90's können wir besser holen Ja, 90's hab ich, also 90's hab ich noch nie gemacht Wie machst du 90's? So, erstmal ne Treppe, okay? Ja Und dann baust du So, Wand, Wand Aha Ich seh dich nicht mehr Schau mir zu, baue nicht Okay, okay, ich baue nicht Boden, so Mhm Du musst jetzt einfach die ganze Zeit schnell machen Und immer hüpfen Und wenn du noch schnell 90's machen willst Hüpfst du und baust zwei 90's Du bist so weit oben Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden Das muss... Kannst du nochmal langsam zeigen? So Mit der Fläche Dann baust du hier hier Das machst du einfach immer wieder dann Mhm Dann hast du hier den Boden Und dann Treppe Das kannst du jetzt einfach weglegen Das brauchst du Okay Und dann hier so Und dann hüpfen Das sieht so einfach bei dir aus Warte, ich versuch das mal, okay? Also erstmal Wende Dann ne Treppe Und dann wieder zwei Wende Und dann wieder zwei Wende Und dann ne Treppe So kannst du's Das ist ein anfangs 90's Manchmal fällst du dann Und dann fällst du halt durch die Treppe durch Aber so kannst du's erstmal üben Nein Du musst weiter hinten Okay, okay, okay Weiter hinten, weiter hinten Es tut mir so ein bisschen leid Er strengt sich so voll an Und ich spiel einfach wie der größte Bot gerade, Alter Das ist noch ein 101 Und jetzt darfst du die Sachen anwenden Okay, versuch ich's machen Oh man, der tut mir so leid Und am besten ist es Zeig dich immer nur Wenn der Gegner sich schon zeigt Dann hast du immer den Vorteil, sozusagen Gut, schau hier 90's Auf den Highground Von vorne, ey Mich geh runter Ich geh mich grad hoch rein Ah, da konnte ich nichts machen Oh man, der tut mir so leid Ich spiel extra so richtig trash Ich werde, glaub ich, später mal richtig zerstören 90 90 Und noch eine Gut Und Flächen Schau, jetzt hast du mich gekonnt Jetzt editier, editier ja Okay Oh, okay, okay Deine Waffe macht voll Schaden Ah Junge Nullerfink Was, was Ja, ich hab wirklich Nullerfink Das stimmt Was machen wir jetzt? Box PVP ein bisschen Okay, okay, okay Gut, das heißt Ich hab die Baugrundlagen schon mal drin, ne? Ja, ja Leute, es fällt mir so schwer Nicht ernst zu spielen, ne? Aber die Sonne kommt Ja Gut Dein Schulterpick ist gut Immer mit rechts Der Shot war so aufglücklich Hat ich gar nicht gesehen Ich, Leute, ich spiel halt nicht mal Ernst Und ich nehm ihn Hobbs Nachdem wir online gespielt haben Wollt ich ihn, glaub ich, mal richtig Hobbs nehmen Oh, mein, ich zieh mich einfach plötzlich Ich hätte halt schon ziemlich reich gehabt sollen Er ist halt so leicht Please Ich kann nicht mehr Er tut mir voll leid Fuß Ich fähig richtig Beide Ernst Beide Ernst Beide Ernst Oh Mann Oh Mann Loi 180 Gut Junge, den Shot Wir haben bis jeden Schuss Das ist aber gut Gut Gut, Junge Voll die heftige Games Junge, den Turnarounds Turnarounds Das ist nicht Turn-On Aber egal, lassen wir ihn einfach mal so darstellen, okay? Lass jetzt zu kreativen Modus verlassen Okay, jetzt spielen wir online Wo willst du landen? Ähm So aggressiv oder defensiv? Such du dir aus, was besser ist zum Gewinnen Okay, Pleasant Park hört sich gut an Aber das ist schon aggressiv Findest du? Ich finde Pleasant Park ist voll defensiv Da ist ein Lama Ja, flieg zum Lama Okay, flieg direkt zum Lama Ich flieg in die Mitte zur Kiste Und dann geh ich zum Lama Das ist gut Ja, ja Ich sag dir nur so direkt zur Lama zu gehen Das ist manchmal auch nicht die beste Jetzt hab ich jetzt Jetzt hab ich die Waffe Jetzt kann ich zum Lama gehen Ja, jetzt geht's um Lama Gut Immer erst mal Waffen Sonst Komm, dring zum Lama Oli Und auch Ich bin tot F*** Was ist das? Oh, schön Wo der jetzt? Aha Geht's damit? Junge, was mach ich? Das war knapp Du hast dich gefühlt an wie Maxify oder so Wie wer? Wie Maxify glaub ich heißt Ja Kenn ich nicht Guckt nur Monto und ähm Tramex Hm Leute, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt weiß, dass ich das bin Vor allem im Boxfight hast du mich zerstört Ja, aber da hab ich kaum editiert Da hab ich nur abgewartet, bis du editierst Also ich glaub er weiß, wer ich bin, oder? Ich bin mir sicher Als ob jeder meine Stimme kennt, ey Ich hoffe wir gewinnen Wär mein Traum Dann hab ich zwei Wins Oh, Mini ist gut Mini ist richtig nice Die Schuld ist sehr wichtig Im Spiel Ich hab noch einen großen Schilddrang gefunden und eine MP Okay Ja, trink den großen Schilddrang Aber da vor dem Mini, oder? Nee, nee, nach dem, nach dem Achso, okay Schau, weil Mini gibt 25 und das gilt dich nur, wenn du... Also nach dem Biggie dann den Mini trinken Ja, nee, nee Haha Mini zuerst, dann Biggie Ups Lass uns jetzt ernsthaft falsch Haha Jetzt kann ich den... Ich nimm den Mini einfach mit Jetzt haben wir wenigstens gleich viel Leben Da hinten sind welche Ich bin jetzt schon auf dem Weg zu denen Wollen wir uns ranschleichen? Oh, der eine da oben hat einen Sniper Aber ich hab grad gesehen, dass irgendwas blaues an den weggeflogen ist Die sind da hinterm Die gehen in den Müll einmal rein Die sind abgehauen Ich hab nur Angst vor dem Mittagsniper Ähm... Oben auf dem Dach Lass ihn einfach angreifen Der ist nicht gut Oh, jetzt fall ich auch noch runter Hattnet Hat kein Schult Siehste? Soll ich den Biggie auch nehmen oder nicht? Nimm den einfach Aber wenn der... Wenn der Dings noch da ist Dieser Truck Der macht ja 100 Leben, ne? Ja, egal egal Okay Wenn Coach das sagt Dann stimmt das Und was meint ihr, Leute? Werden wir die Runde gewinnen? Haha Werden wir die Runde gewinnen oder nicht? Oben sind noch welche drauf Ja, ich weiß, ich weiß Lass... Ja, können wir machen Schaffen wir locker Oder er läuft einfach in mich rein Und hat er irgendwie Probleme? Ich hab keine Mets gehabt Oh, der war so viel besser Da sind gar keine Bots drin Wir kriegen einen Botgegner Lass noch eine Rot und dann können wir ja wieder kennen Okay Dein Name ist auch voll heftig Hier ist es ein Clan von meinem Freund und mir Willst du auch join? Welcher Teile von... XX Achso Und am Ende Es gibt aber sicher viele Clans mitzumachen XX? Ja, ja Als ob Ich dachte wir sind die einzigen damit Ich hab nie wirklich andere gesehen Naja, ich treff die ganze Zeit so weit in UX Du bist ja auch ein höheres Level als ich Ja gut Reeping Woods Das ist einfach Das ist einfach Bailing Woods Das heißt, wir werden jetzt erstmal richtig schön looten Und dann greifen wir an Genau Also wird das ganze Looten jetzt voll langweilig sein Und das braucht man nicht sehen so irgendwie Äh, also halt Dings sehen Weiß schon wie ich das meine Ey, wollen wir einen Helikopter holen? Der ist hier vor uns, genau Guck da Oh, das sind welche Oh, der kann gut bauen Der baut zu viel Oh stimmt, 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 stimmt Oh, der hat eine gute Schrupfante Ja Also heiße Ah Gut Der andere ist genau bei mir und hat mich ein bisschen abgeschossen Der ist 1 HP Hab ihn Der voll viel Der hat so viel Leben Äh, hier irgendwo ist ein Helikopter an der Hier lef Boombauer, vorsichtig Okay Hab ich angebaut Hm, ich hab noch ein Jump Pad Ja, also die wollen uns jetzt irgendwie Abfangen Oh mein Gott Ich hasse Boombau, Junge Ich hab eh, ich hab noch ein Band-Cats Ja Er will Die Minuten Ja Was war's mit dem Hey Die sind voll lost, die sind voll lost Du schaffst das Okay, er wird nur kein Material richtig Hier ist nämlich wieder, oder? Doch Oha Ähm Ich will nicht bei dir unten sein What? Oh, nice Gut gemacht Ähm Wo kann ich dich am besten holen? Lama Ah Ah, Gegner Shit, Lama ist nicht in der Zone Egal, ich geh trotzdem hin Dann krieg ich Material, das ist gut Joa, gut Schieß die runter Oh Hey, ist der Lust? Ich glaube Siehst du jemanden? Ne, ne Geh einfach ins Cornfield rein Ja So Und dann setzt dich einfach Ja Ja RIP Weg Ja Das war Eine gute Entscheidung Der nimmt einfach mal einen Helikopter Der nimmt einfach mal einen Helikopter Oha Heftiges Weg mit dem Mist Hey, das ist gemein Das ist füß Ey, die Shots sitzen aber wirklich Ha Ha Du Noob Schöner Kleiner Hehehe Hehehe Voll Toxic Hehehe Der eine ist bei mir Hab ihn einmal getroffen mit der Sniper Hab einen Schaffst du? Ja Hab noch einen Jump Head sogar Bei mir ist noch einer Ich hab halt keine Eier Ja Oh, da hat sowas geknallt Ich weiß nicht, ob ich es da noch bekomme Ne, ne Hol Heal mich nicht Heal mich nicht Deine Karte krieg ich auch nicht mehr Ne, ne Ne Oha Zerstört, Junge Du schaffst das alleine Oh, ich bin ja Kugel ausgewichen Ja, ich hab's gesehen Hab ich dann ne Warum hab ich ne Pump noch dabei? Ja Hehehe Double Pump Triff dich einfach Oh, er ist aber zu gut Ja, keine Chance Keine Chance Das war auch fair Lass jetzt ein bisschen krä, okay? Okay So, Leute Ich hab jetzt wieder Push-to-Talk angemacht Das heißt, er hört mich gerade nicht Ich werd jetzt Wir haben jetzt eben Donnern gespielt Ich hab ihn voll hart durchgecarried Habt aber nicht richtig ernst gespielt Boah, ich werd ihn jetzt so hauptsinnen Und dann würde ich sagen, dass ich das bin Aber ich glaub, er weiß das schon Ich bin mir nicht sicher Ich versuch jetzt alles, was du mir eben beigebracht hast Richtig einzuwenden Anzuwenden Ich kann kein Deutsch So, bist du bereit für die erste Runde? Jo Ja Ne Das war Glück Okay, ich bin mal richtig ernst, okay? Ich, ich bin schon die ganze Zeit Achso Achso Junge, ich, ich nehm Ja, ich bin bereit Du auch? Junge auch Aber du bist ne Erdmann Du rennst da nicht so durch wie so Ansozialisten Ja, was machst du jetzt? Ich warte, bis du pikst Okay, ich warte nie wieder Mein Aim ist aber richtig geil Danke Und das ohne Aim ist es Du hast halt besser ein Ping als ich Was soll ich So ein Fisch nochmal drüber Junge Jesus Ich hab doch 36er, mua Ich hab 220 gemacht Uuuuuh, der war frech Bei der Nineties failed gerade Keine Ahnung warum Bap 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 Glockt Und so Geräte das hab ich schon Wollen wir wechseln Bap 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 Warum das denn? Bisschen Wann soll ich denn hier grüßen? Vielleicht wirst du ja irgendwie grüßen Warum? Vielleicht bin ich ja Maxi Fall Jetzt ja auch, das bist du gar nicht Und warum würdest du jetzt Fortnite Coaching brauchen? Vielleicht für ein Video? Bindest du ich war ein guter Schüler? Super Super Du würdest ein 1 kriegen Ja Besser als der Lehrer Okay, ich werde erstmal rausgehen Bye Bye So Okay, das war's mit dem ersten Couch Es gab aber noch jemanden, der mir noch ein bisschen mehr was beibringen konnte Und zwar war sein Name Vypex Heavyscale Er hat meinen Aim getestet Ja, okay, schieß mal auf Haha Easy zerstört Hat mir Nineties gezeigt Dann zeig mal jetzt deine Nineties Hahaha Oh Mann, ich fühl mich so schlecht Probier Probier Bei den Nineties Ja Probier einfach mal langsam diese Bewegung zu machen Und dann? Dann springen, Boden platzieren und eine Treppe Okay Probier das mal Ich fühl mich so schlecht Genau Boden Springtrasse Genau Und hat mich dann zerstört Im Eins gegen Eins Ich will mich, glaube ich, richtig schütten jetzt Er ist gerade online gekommen Aber Ich geb mein Bestes Oha Danach haben wir dann online gespielt Duos und Haben gewonnen Er campt jetzt im Haus Oh Oh Mann So ein kleiner Lauf Oh Ich hab ihn Nein Naja, und zum Schluss hab ich gesagt, dass ich Mexify bin Und hab ihn in Eins gegen Eins zerstört Oh Ey, wie ist du? Ey, wie ist du? Schreibt mich auf jeden Fall per Kommentar oder Like wissen Ab 30.000 Likes Kommt nochmal sowas Ungefähr? I don't know Ich weiß es nicht Auf jeden Fall kommt jetzt, glaube ich, heute oder morgen Die neue Season raus Also verwendet mein Creator-Code Wenn nicht, dann hau ich euch Hashtag Endlich Spaß Und ja Reis kommt jetzt zum letzten Video Und links könnt ihr einen von meinen drei Kanälen abonnieren Falls ihr es noch nicht wusstet Und nicht mehr sagen Na, bis zum nächsten Mal Ja Ciao